Hi Ho, hier ist wieder die Blogkette. Es gibt wieder eine kleine Info, weil wir haben ja letzte Woche in Kiel gespielt, in Medusa, super cooler Laden übrigens. Also sowas Nettes ist einem ja selten mal entgegen gekommen. Also ich glaube der Laden ist für Bands wirklich sehr interessant. Der Laden hat eine kleine Bühne, also eine wirklich nette kleine Bühne und man muss sich da nicht irgendwo ins Gelach stellen, wie das ja in vielen anderen kleinen Kneipen so ist. Also das Medusa ist eigentlich eine kleine Kneipe und der Laden hat eine eigene BA da stehen und eigentlich die ist völlig überdimensioniert in Wahrheit. Also wer damit nicht glücklich wird, also keine Ahnung. Also den Laden kann ich auch für Bands empfehlen. Da werden wir garantiert auch nochmal wieder spielen. Das hat echt Spaß gebracht und da an dieser Stelle nochmal Danke an unsere Band, die mit uns zusammengespielt hat. Fischkuss, super Jungs, alle super nett. Hat echt Spaß gebracht. Ja und weil es so schön war, spielen wir nämlich diese Woche gleich nochmal und zwar morgen am 2. Oktober, sind wir in der Pumpe in Kiel. Da gibt es so einen kleinen Beatclub, nennt sich das. Da treten immer Bands auf. Ich glaube der Eintritt ist sogar frei. Da spielen wir ein bisschen. Also wer vielleicht morgen Abend noch nichts vorhat, morgen Abend oder eben halt heute, je nachdem wann das Video online geht, 2. Oktober, Freitag, Pumpe Kiel. Ja, könnt ihr mega Clipo sehen. Alles klar, bis dann.